Ideale Berlinung, 10 Jahre aktuell, keine Solle, wunderbare Temperaturen, kaum Wind, also nahezu nicht fühlbar, alle Ängste der vergangenen Tage sind sozusagen verschwunden, die Böden, die angesagt waren, scheinen sich nicht zu bewahren. Bugün Hamburg der Bir Marathonkursus war. Heute findet in Hamburg ein Marathonlauf statt. Heute findet in Hamburg ein Marathonlauf statt. Boomaratona dünjanen herrje rindan juzlarje Athletke tilios. Hunderte von Athleten aus der ganzen Welt nehmen an diesem Marathon teil. Hunderte von Athleten aus der ganzen Welt nehmen an diesem Marathon teil. So, los geht's. Richtig. Hier wollen wir es, please join us, have this starting song. Üniversitedan bir Arkadaşımız da bu Marathona katilacak. Ein Freund von der Universität wird ebenfalls an diesem Marathon teilnehmen. Ein Freund von der Universität wird ebenfalls an diesem Marathon teilnehmen. Wir werden heute unseren Freund anfeuern. Wir werden heute unseren Freund anfeuern. Bir Marathon da tam 42.195 km koşuluyor. Bei einem Marathon werden exakt 42,195 km gelaufen. Bei einem Marathon werden exakt 42,195 km gelaufen. Ausatürk Ausatürk Die Hamburger sind von dem Lauf begeistert. 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 Die Hamburger sind von 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 Lauf begeistert. Trommeln werden geschlagen, Jubelschreie ertönen und den Athleten wird applaudiert. Trommeln werden geschlagen und den Athleten wird applaudiert. Die Hamburger sind von Lauf begeistert. Die Hamburger sind von Lauf begeistert. Tüm şehir maratonu bir festival gibi kutluyor. Die Hamburger ist von Lauf begeistert. Die Hamburger ist von Lauf begeistert. Die Hamburger ist von Lauf begeistert. Ja! Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amüsieren. Weiter geht's! Wo ist der denn? Kommt ihr jetzt! Die Athleten scheinen sich trotz der großen Anstrengung zu amücern. Unser Freund beendete den Lauf mit einem sehr guten Ergebnis. Wir haben ihm alle herzlich gratuliert. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.